Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kammerleam. Es gibt heute ein mega spannendes, aufwendiges, riesengroßes, tolles Video. Und zwar, wir haben euch einen Raum immer verschwiegen. Wir haben euch nie wirklich gezeigt, was da drin ist. Ich zeige euch jetzt, wie dieser Raum gerade aussieht. Und wir werden am Ende des Videos, ihr werdet es nicht mehr wiedererkennen. Und deshalb finde ich dieses Video auch mega geil. Wow, das ist wirklich ein ganzer Raum, nur voller Müll. Hier wird jetzt aufgeräumt und zwar kommt hier unser neues Büro rein. Jetzt wird aber erstmal diese ganze Pappe weggebracht und let's go. So, dann bin ich angekommen. Perfekt! Das ist wirklich bis oben hin voll. So, es regnet auch wie Sau, deswegen, ich packe die Kamera lieber rein. Hier so, das wird nämlich jetzt so gemacht, ich zeige euch das. So, und dann kommt das hier, zack, rein. Wir sehen uns jetzt gleich wieder zu Hause, Leute. Was? Pappen, Alter, jetzt geht's weiter. Es wird ein nices Büro. Zwei, eins. Boom, Leute. Sieht doch schon ganz anders aus, oder? So, ich bin jetzt zwei, drei Stunden weg gewesen und schon ist es wieder draußen, fängt es wieder an dunkel zu werden. Wohl jetzt mal das, warum dieses Video hier überhaupt zustande kommen kann und alles. Warte mal, gut. So, und zwar, meine lieben Kollegen von Erfurt, die haben uns ein paar Tapeten geschickt. Die werden wir hier nachher dran machen. Das sind Raufasertapete. Es wird richtig designmäßig hier alles perfekt mit eingebaut. Zwei oder drei Bahnen, müssen wir dann auch gucken, wie das mit dem Schreibtisch passt. Die werden wir dann grau streichen. Es wird ja auch noch kreativ. Der Fettsack hat sich da denn drauf gesetzt. Also, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass ihr uns die zugeschickt habt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe früher auch immer gedacht, oder weil wir haben das auch immer zu Hause gehabt, dieses Raufaserzeug. Und da dachte man immer, ja, das ist so ein bisschen älter und so und das gibt es heute heutzutage gar nicht mehr. Aber, da kann man richtig geile Sachen mitmachen. Vor allem zeige ich euch gleich mal, ist das nicht so eine riesige Körner? Das ist jetzt erstmal hier groß. Guckt ja, wow, gut eingepackt, Freunde. So, das hier ist zum Beispiel so eine ganz feine Körnerin. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Weil ich wusste es nämlich nicht. Und zwar, es ist ja ganz normales Papier hier, recyceltes Papier. Und diese Körner, die da drunter sind, die hat man auch früher mal so als Kind so abgeknippelt oder so. Das sind so kleine Holzfasern. Ja, jetzt sind wir alles ein Stück schlau. 15 Meter. Und das Geile ist, bei diesen Tapeten brauchen nicht irgendwie eingeweicht werden. Und da braucht man nicht so einen Tapeziertisch oder so einen Müll. Man nimmt dann einfach den Kleister. Das heißt, wenn man dann ein die Fläche, die man haben will, wird dann einfach drangepappt. Und dann ist die Sache, Gäste brauchen jetzt erstmal Kleister. Und der ist bei mir, zu Hause, bei meiner Mutter. Gibt es hier Kleister? Kleister? Ja. Hier ist ein Malerbetrieb. Wie viel kostet? Das ist kostenlos. Können Sie mir einmal den Kleister reichen? Ich hätte gerne den. Ja, der steht ja hier. Was sind Sie denn für einen Kunden zu hören? Was ist der Kunde hier selber seine Sachen? Ja, die Selbstbedienung hier. Reicht das denn noch? Ein ganzes Haus noch mit vollen Kleister. Mal einpacken. Und es geht ab in den Baumarkt. Natürlich auch hier im Baumarkt des Vertrauens zu finden, Leute. Das meinte ich mit dieser gröberen Struktur. Die kennt ihr sehr wahrscheinlich auch. Ja, hier. Glaube ich. Genau. Das ist ein bisschen die feinere. Aber jetzt geht es schnell wieder nach Hause. Gucken wir mal so an als Milch den Größen. So, Leute. Ich habe ein paar Stündchen geschlafen. Musste natürlich auch sein. Aber jetzt sieht es los. Die Tapeten werden jetzt drangemacht. Let's go. So, Leute. Also die Tapeten hängen nun bzw. kleben jetzt. Da sind noch so ein paar feuchte Stellen wegen dem Kleister. Das Ganze hat jetzt nur eine halbe Stunde gedauert. Also mega geil. Und man diesen ganzen Einweichquatsch gar nicht mehr benötigt. Und alles. Es ist 14 Uhr. Es ist schon wieder so dunkel, dass ich die Lampen anhaben muss. Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar möchte ich das Ganze noch ein bisschen dunkler haben und einheitlicher. Deswegen wird jetzt geklebt und dann wird gepinselt. Können die Autos mal die Fresse halten? 6,5 Stunden später. Das ist ja fast schwarz. Das habe ich nicht gedacht. So, jetzt hier rein. Wow. Das ist ja schwarz. Digger, ich bin ein... Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Jetzt ist da Farbe an der Wand. Mein... So, Freunde. Ein bisschen habe ich natürlich auch gesoppt. Aber bin, denke ich mal, ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Tatsächlich ziemlich schwarz geworden. Aber wenn man mal so ein bisschen näher rangeht, ist es schon schwarz. Was? Gar nicht. Du hast nur noch einen Witz zu erzählen. Kein Witz? Nein. Ich habe gepupst. Nein. Doch, habe ich. Ach, macht ja nichts. Wir sind ja hier in Holland. F*** geil. Du stehst ja wie so eine Kamera. Schwierigkeiten. Wir sind wieder hier. Das Ding sieht schon richtig gut getrocknet aus, muss ich sagen. Die andere Wand ist dann normal. Die hat dann so ein bisschen Struktur, wisst ihr? Ich finde es eigentlich jetzt schon geil. Da kommt nachher noch ein Motivationsspruch dran. Ich werde jetzt die ganze Nacht noch hier Sachen aufbauen und da kann man auch nicht mehr viel zu erzählen. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Sprung bis nach morgen früh, wo das jetzt hier alles schon fertig sein wird. Das ganze Zimmer. Sagt nochmal alle Tschüss hier zu dem alten Raum. Den machen wir jetzt zu und der wird gleich geöffnet. 3 1 2 3 Ey wow Alter Jungen weil das ist ja richtig feils für Jonas. so leute genau und wenn man natürlich in dem büro ist hier dann geht man auch mal nach draußen schön hier auf die terrasse und dann sieht man sowas junge das ist ja wohl mal gerade wieder ein letztes mal sage ich jetzt so leute in diesem video ich habe es jetzt endlich geschafft nach drei tagen wirklich anstrengende arbeit ist unser büro jetzt fertig und ich bin tatsächlich jetzt aufgeräumt ist mehr als zufrieden es hat einfach so viel spaß gemacht auch ist natürlich auch immer ein bisschen leid dabei aber hier nochmal an dieser stelle vielen 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 dank an die leute von erfurt dass sie uns die rauchwasser tapete zugeschickt haben wie gesagt es hat alles mega einfach alle infos sind da auch noch mal gerne in der infobox also schaut da ruhig mal bei den jungs vorbei rücken und alles tut schon weh und so aber ich verabschiede mich jetzt in diesem sinne von euch vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video wieder zu sagen leute haut rein bold bist dein io bist je bist Herr